Wie ermittle ich geeignete Suchbegriffe? Sie schreiben eine Arbeit zum Thema ökologisches Bauen mit Baustoffen aus der Natur und suchen dafür Literatur im TIB-Portal. Eine wichtige Grundlage für eine gezielte und erfolgreiche Suche ist dabei der Einsatz von passenden Suchbegriffen. Zur Ermittlung von geeigneten Begriffen analysieren Sie zunächst Ihr Thema und schreiben die wichtigsten Kernbegriffe heraus. Da nicht alle zum Thema vorhandenen Veröffentlichungen genau diese Wörter enthalten, ist es sinnvoll, zu den Kernbegriffen weitere Suchbegriffe zu ermitteln und diese in einer Wortliste zu dokumentieren. Dies können Synonyme, also Begriffe mit gleicher Bedeutung, Ober- und Unterbegriffe, verwandte Begriffe und spezielle Fachbegriffe sein. Berücksichtigen Sie außerdem verschiedene Schreibweisen und andere grammatikalische Formen der Begriffe. Ist auch Literatur in englischer Sprache für Sie interessant? Beziehen Sie die entsprechenden Übersetzungen in Ihre Suche mit ein. Zusätzliche Suchbegriffe für Ihre Wortliste finden Sie in Allgemein- und Fachlexika, Enzyklopädien wie zum Beispiel Wikipedia, Wörterbüchern, Handbüchern und Lehrbüchern. Passende Suchbegriffe können Sie auch bei einer ersten Recherche im TIB-Portal unter den verwendeten Synonymen ermitteln. Thematisch zutreffende Titel enthalten oft zusätzliche Stich- oder Schlagworte, die für eine weitere Suche genutzt werden können. Die in Ihrer Wortliste zusammengetragenen Suchbegriffe können Sie auch bei der Suche in anderen Bibliothekskatalogen, Datenbanken und im Internet verwenden. Schauen Sie auch hier nach weiteren geeigneten Suchbegriffen und ergänzen Sie Ihre Wortliste entsprechend. Tipps für eine professionelle Suchstrategie finden Sie außerdem in unserem Tutorial Wie suche ich professionell im TIB-Portal?